Ich bin tot, na klasse Hey Kinder, was geht denn bei euch? Willkommen zum Community Zocken heute an diesem schönen Dienstagabend Ich bin auf dem Server Ich gehe erstmal in den Squad Ja, kann man nicht irgendeinen Squad erstellen? Ne, ne, ich bin bei Charlie Battlefield 3, so wie ihr es euch gewünscht habt Damit ihr mitspielen könnt und so Und jetzt guckt einfach mal direkt Wo gehen wir denn hin? Wir sind hier hart am gewinnen irgendwie Win-Team und so? Mach ich natürlich gerne mit bei solchen Spielen Bang 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 Okay, weggeschnedelt Aua, aua, aua Wie viel Hilfe? Unsere Kleiner, weil wir cool sind So, Erkraken, Erkraken Ich weiß natürlich überhaupt nicht, wie ihr alle hießend Wie ihr alle geheißen habt Nein, ich will ihn aufheben, ich hänge einfach im Fenster drüber Und ich so fett bin Na, 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 zack Na, 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 zack Oh, hier war es Hört ja auf zu schießen, ihr Schweine Panzer, feindlicher Panzer Da ist ja gar nichts los Guck mal, wie verblendet ich hier wieder Wie verblendet ich bin Nein, weh, du fährst mit meinem Jeep, geh weg Du alte Schlumpf, du alte Schlumpf Aber okay, lasst mich noch kurz den Zaun zerschießen, Leute Denn das ist taktisch sehr wertvoll Hey, oh, 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 oh Oh, ins Haus reingeflogen Mein Esel juckt ein bisschen Oh, 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 oh Alter Oh, shit, bro Alter, 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 ich bin's Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, fuck Okay, 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 okay Ich wurde ein bisschen gepimmelt Aber es ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Auto? Auto? I need a car? Please? I need a car? Nein, lass mein Auto in Ruhe Kirill und ich sind so was von hart am Start Wir sind so hart am zocken, Kirill Chill mal ein bisschen, okay? Oh, da drüben ist auch ein feindlicher Panzer Kirill, da wollen wir nicht hie, wisch Wir fahren hier mal zu E Und da drüben läuft irgendwo einer Ist er tot? Und das nehmen wir hier mal ganz gemütlich E ein Ja, aber ganz gemüt Und wenn einer kommt, pumpen wir ihn weg Ich bin tot Na, klasse Alter, wie behindert Ich wollte auch nur kurz gucken, wie das Arquete-Auto funktioniert Gott, die fliegt man nochmal Ach so Ach so einfach So easy like a piece I can't believe it how easy it is Und da drüben ist auch schon mein Gegner Aha Ein Jet Viel Spaß beim sterben Oh, Jet Shit in my pants, you know Ja Hochziehen, Jimmy Hochziehen Ich hab was auf E gedrückt Das wäre natürlich fatal geworden Not right now, Leric Ich denke herrlich jetzt ab Achtung Ich hab's doch getroffen Ich bin der lügende Fahrer auf einmal Ich bin der der, bitch No Hallo, little bird Woah, shit Ich bin ein bisschen getroffen Aber alles ist cool Oh Gott, oh Gott Alles ist cool Alles ist cool Solange ich nicht behindert bin So Und schon befinde ich mich wieder im Status der Heilung Der Heilung Ich hab sogar jemanden dabei Den, den ich dabei hab Oh, ist der schon wieder kaputt Ich hab alles geklaut Aber ich bin ziemlich lange in der Luft Muss ich schon sagen Ich geh schon gut ab Ich bin nicht mehr so ein guter Pilot wie früher Also früher da, äh War ich ein guter Pilot Boah, bitte Panzer Uuuuhu Hu 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 So Bordschütze Du machst das, okay Der ist ja schon tot Lass ich mal eben in den Schniedelflug gehen Das ist der sogenannte Schniedelflug Das ist zum Einnehmen von, äh, Schniedeln Äh, von Flaggen Man darf nur nicht an die Flagge dran knallen Dann das ist man nämlich ganz schön blöd Und Hu 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 Und jetzt gehen wir richtig in die Action ein So, mit dem Ich somrk Der wird sowas von eskalieren jetzt gleich Ich weiß es, der ist gut Der ist, oh der ist gut Komm Slow and steady Slow and steady Machst du alle Platz Ich will Punkte haben dafür bitte Ortho bitte Hast du, falls wollen aste holes Verstehen sie ein nein nicht Achtung wir haben das einen Ziel eingenommen Oh wa SEC. ALTER Ich rieche den Stinker FAC Hu 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 responding Oh Car, das schaffen wir nicht Oh Gott Ausstieg Ausstieg A bei den Augen Und immer noch am Leben Ich bin einfach ein Tier Ich bin einfach ein Tier Hinter mir ist einfach ein russischer Zar Hinter mirs ist einfach irgendein Feind Aber ich kann nicht beigen Aber es ist schon mal angenehm, dass wir nicht mehr nur durchgehend im Win-Team sind. Oh, ich wollte auch so gern die Viper, ich will zu arm. Eigentlich mag ich die kleinen Maps lieber. Ich sollte vielleicht nächste Runde umschwenken auf diese kleinen Sachen halt. Ich weiß nicht, wie das hier heißt, aber auf diese kleinen Sachen. Nein, ist das eine Idee? Habt ihr Bock auf kleine Sachen? Das hört sich jetzt komisch an. Ich weiß, das hört sich sehr komisch an. Hat der Bock auf große Sachen? Ja, seid ihr richtig. Au, 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 au. Fuck, was mach ich hier? Ich bin leicht cool. Komm schon, ich muss mich gleich selbst defibrillieren. Let me go in this house, play. Ich muss mich in dieser Struktur kümmern. Wow, ich habe ziemlich Angst. Jetzt. Komm mit. Da ist einer. Mensch, schieß doch mal jetzt. Keiner schießt, wirklich keiner schießt von denen da. Die wissen alle nicht, wie man schießt. So, zack, aufgehoben. Weiter geht's, weiter geht's. Wir sind ja nicht bei Battlefield 4, wo man jemanden tot defibrilliert oder was weiß ich. Mit einem Medipack seine Mates totschmeißt. Was ist denn da los? Hallo? Was, schon wieder tot? Ey, verarscht mich nicht. Bin der Lügner und bin einfach tot. Sollte man mich abonnieren? Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Daumen hoch geben! Ja, daumen hoch geben! Ja! Geil ins